Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. So, okay, ich bin wieder da. Okay, also wir sollen den Button auf den Cobblestone-Dingsen. So, jetzt nehmen wir mal alles rein, was wichtig ist. Die hier, die drei Dinger hier. Gott, Almity und Endlichkeit. Okay, also wir sollen wirklich alles reinlegen, was wichtig ist. Knopf lege ich rein. Obwohl, er hat gesagt, ich soll nur die drei Sachen reinlegen. Okay. Go, go, go! Oh nein. Never, ever. Oh! 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 Oh, oh! Okay. so jetzt gibt es richtig fresse hier richtig premium aber junger hier ist aber so richtig ich habe den Knopf noch, das ist gut. Ich kann ihn nicht töten. Ohne Spaß. Alter, was hilft die Blockfunktion eigentlich? Alter, die Blockfunktion ist so gut wie gar nicht. So, Coil, Druckplatte. Okay, go in here when you have the Coil. Oh mein Gott. Coil, ja nicht Coil, yippee. Go in here when you have the Coil. 12 und Druckplatte. 12. This is the transport to teleport you back to the Minutian. Here is also a pressure plate. Press the button to teleport you back into the small checkpoint. Gather your items. Concept the wire, make the Tide and the Coil. And then place the pressure plate on the grey wool. From there you will close to the end. Okay, ich sehe... Ich... Das sieht nicht so gesund aus. Aua. Okay. Magnetide. Wire. Conceptor. Und den Coil haben wir dabei. So. Jetzt sollen wir die Druckplatte nehmen und hier drauf legen. Okay. Den Magnetide. Den Wire. Den Conceptor und den Coil. Ähm... Wire. Konceptor. Magnetide. Und den Coil. Konceptor. Magnetide. Und den Coil. Und den Coil. Ever heard of the breadbox? Well, it's happening. You take your uncle into the future and jump into the teleporter. And look in which the teleporter is here. Okay. Da sollen wir jetzt drauf gehen. You realize that saving your uncle from ever going into the new deadlock is going to impact the future. In some way. It turns out that deadlock was never into plants or making toys. They only wanted your uncle. Without your uncle they would not have made the new deadlock. The deadlock with the plants and the river. A block. You and your uncle travel back into the future. You arrive at this inconvenient house. You look outside and you don't see the train. Never you see a deadlock plant facility. However, you guys do see a new building. It was a big tittle on the front of it. Dead space. Under the tittle you see tittle plattering reading producing hybrids since 2075. You and your uncle look at each other in shock. What has deadlock developed into? Who are the owners? You then decide to go look at the newspaper. You see on the front page. Baltimore Cowboys beat Indianapolis Vikings. You look at your uncle. He instantly knows too. You guys are in deep, deep trouble. Not only have you traveled too far into the future, you have also entered another. Part 2 in a month. Part 2 in a month. Find out what you and your uncle are really in. Just because you messed with the laws of physics. Will you guys ever be back home? Comment how many diamonds you found. Doppelpunkt D. And any new suggestion. Dein Spielmodus will again. Be sure to comment anything that you saw was kinda bad. Thanks again for the online wolfcat. Okay. Also. Ach, hier ist nochmal der Commander Block für den... den... Jo. Hat mir ganz gut gefallen. Muss ich sagen. Was ist hier hinten? Ach so, da ist ganz bestimmt ein anderer Teil. Von der Map. So. Das ist hier drin. Ach, ich ahne es. Genau. Hier ist das mit dem Spiel drin. Also. Es ist fast alles beieinander. Guck mal. Wie lol das ist, weil... das ja über dem Spiegel ist. Deshalb sind hier auch keine Wolken. Deshalb gibt es hier halt ein paar Probleme. Egal. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Leute. fürs Zuschauen. Schaltet wieder bei der nächsten Adventure Map ein. Deadlock 3. Wird es dann sein. Jo. Bis... zur nächsten Adventure Map. Tschüss.